Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich war gerade auf dem Rückweg von gestern und sehe das hier. Kann ich ja nicht nein sagen. Kaugummi, Stückchen, gehen dann. Der da oben ist auch wieder da. Ich nehme wohl an, dass doch alle wieder da sind. Das ist natürlich perfekt. Ja, kein Seil dabei, ne? Ach, missen. Ja, das ist natürlich doof. Kein Seil dabei ist richtig doof. Ja, ja, daneben. Kaugummi jagen, Tannenbäume aufstellen. Und da waren doch sage und schreibe zwei Kohlestückchen an einem Tannenbaum. Das war bestimmt ein Spielfehler oder so. Ja, ich dachte, ich habe ein Kohlestückchen aufgenommen, bin zurück, habe es ins Lager gepackt, wollte euch dann zeigen, was alles so der Tannenbaum spawnt. Äh, spawnt, bin zurückgekommen, waren die anderen Kohlestückchen auch weg. So umsichtig geht nur eins pro Tag. Und wenn man das nicht wegnimmt, dann ist halt so. Au, immer die Luftwaffe. Immer diese Luftwaffe. Geh weg oder ich mach dich platt. Gehen die auch frisch? Leute. Ah, komm, lass mich doch mal gucken. Ja, frisch. Okay, gut, dann ist ja meine Waffe die richtige. Aber ich kann dich nicht mitnehmen, ne? Inventar voll. Dumm gelaufen. Warum habe ich ein extra Herz gehabt jetzt? Man weiß es nicht. Geht durch. Ach, nee. Falsch. Kaugummi war hier. Ne? War hier. Da ist er. Zwei Stückchen. Dann. Wieder in die Kühlbox. Das war jetzt nicht sehr gut. Aber nein. Ist ja ein Kneif. Da können wir hochlaufen. So, wie war das ganz am Rand? Dann. Zuerst. So, genau. Zuerst die Schaufel benutzen, dann springen. Und? Ist mal wieder alles auf dem Boden gedroppt, Mann. Ist doch gemein. Und? Zuerst die Schaufel benutzen. Alle drei. Super. Gut. Dann sehen wir uns zu Hause. Oh, da habe ich noch was. Okay, bis gleich. So, wir sind zu Hause. Wir haben geschlafen. Wir haben gegessen. Wir haben getrunken. Guckt es euch an. Holz. Äh, Kohle. Ach, Inventar voll. Da kann ich die trotzdem nehmen. Ja, die Kohle kann ich nehmen. Das andere Zeug nicht. Hier ist noch Salz. Aber wir haben gelernt. Wir gehen hier hin. Drücken End. Inventar frei. Guckt euch an, was da alles einsortiert wurde. So, dann haben wir hier noch die sauren Drops. Ja. Was ist das? Scharf. Haltsig. Haltsig. Was kann ich hier? Den nochmal voll machen. Den. Den. Okay. Vielleicht noch ein paar? Ah, Meisenbrocken. Ah, Schleimpilzstängel fehlen. Okay. Hm. Ein Kaugummi. Ein Kaugummi-Stückchen. Drei. Vier. Fünf. Schleimpilzstängel. Muss ich dran denken. Wenn ich nochmal irgendwo hinkomme mit Schleimpilzstängeln, die dann immer mitnehmen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Das könnte man doch bestimmt auch schöner irgendwie. Ich könnte das doch bestimmt auch schöner irgendwie arrangieren. Oh Tannenwald, oh Tannenwald ist das. Das ist nicht, nicht mehr Baum, das ist Wald. Das ist der Tannenwald. Na, da kann ich ja gar nicht dran, da bin ich. So, du bitte dahin. Okay. Noch einen. Dann wollte ich noch was ausprobieren. Na, der du kannst. Die machen ja abends sogar Licht, glaube ich. So, Kaugummi. Salz. Okay, Salz. War glaube ich hier drin, ne? Kann der nicht einsortiert werden? Warum nicht? Kaugummi, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Mach ich mal hier hin. Kohlebrocken, sind die da drin? Ja, 23 Kohlebrocken. Boah. Das konnte auch nicht einsortiert werden. Okay, dann mach ich mal raus und mach dich hier mit drin. Zack. Und eine Spinnwebe. Nee, die kommt. Da, her. Okay, geht's hier weiter. Grobe Seile. Keine mehr. Dann grobe Seile. Ein grobes Seil? Denn alles verballert. Sieht fast so aus. Oh. Der saure Klumpen muss noch, äh, ja, der muss noch analysiert werden. Wieso hat er den nicht einsortiert? Wieso nicht? Wenn ich jetzt hier N drücke. Friseiseile, würziges Stück. Witziges Stück. Friseiseile ist einsortiert. Die muss ich aufhängen. Groß-Russel-Käfer. Ach so, da war doch was. Da war doch was, da war doch was. Ähm, bauen. Russel-Käfer-Schild. Komm, sag mir. Wir haben hier noch ein bisschen was an Zeugs. Bzz, bzz, bzz. Dabei. Rüstung. Oh, Rüstung-Käfer-Schild. Zwei Maden haben wir tatsächlich. Alright. Okay, hab ich die. Nee, hab ich nicht. Maden, ich komme. Das ist so ärgerlich, dass das Ding nicht wächst. Das ist doch jetzt so weit weg von meinem Haus. Das stört das Ding. Glaub's nicht. Müsste eigentlich gehen. Trinki, trinki. Ah, so. Ähm, warte. Ich hab rausgefunden, dass... Hier, das hat ja nicht funktioniert mit dem rostigen Speer. Ne? Auf Schaf. Es geht ab Level 7. Ab Level 7 kann man... Was ist denn, vielleicht irgendein Opfer unterwegs? Äh, Opfer? Vielleicht mal Rüssel-Käfer. Oder so. Wie, nee. Ja, da unten, aber... Den Läusen nachzurennen, das macht keinen Spaß. Okay. So. Kann's nicht zeigen. Außerdem... Wollte ich ja zum Burgler. Nein, ich wollte erst Maden machen. Ah. Immer eins nach dem anderen. Maden... Kommt's raus. Oder hier war's. Hä? Was ist mit den Maden? Ich weiß ja nicht. Ging auch schon mal besser. Da waren wir mehr. Nö. Explodiert schon wieder alles. Muss ich jetzt echt da hinlaufen? Trampel du hier nicht so rum. Ich denke immer... Hier kommt... Na, Wolfsspänner oder sowas. So. Kommt, zwei Stück. Drei sogar. Super. Echt genial. Ach, geniales. Gewimmelte es mal. Von Maden. Ja. Oh, ich seh dich. Ich seh dich. Take it a look. Oh. Wieso hin? Wo ist denn? Nicht mehr da. Apropos. Getötet sechs. Ey, Feen. Gehen wir mal mal aus dem Sichtfeld. Ach, Mann. Ja, egal. Home. Da hinten kann man's sehen. Bin doch gut. Warte mal. Alles wieder an. Nee, jetzt wird's nicht mehr angezeigt. Markierung werden angezeigt. Nicht mehr angezeigt. Okay. Wer dann? Hallo, Rössler. Da. Kann ich's demonstrieren, ne? Auf Level 7 ist das Ding. Warte. Da. Auf Level 7. Bin ich denn jetzt kill? Ta-da. Rösslkäferbraten. Was ich richtig gut finde. So. Geht übrigens auch mit denen. Oder man nimmt das Schwert. Das Katana. Nee, ich hab offen gelassen. Doch das ist gar nicht gut. Hoffentlich war keiner am Essen. Was ich nicht mehr hab. So, jetzt aber, ne? Okay, gut. Saft. Rösslkäfer-Schild. Was? Rösslkäfer-Schild ist eingelagert worden? Wo denn? Ach, würd grad sagen. Das kann hier nicht sein. Dann kommt hier noch die Haut mit hin. Dann hab ich hier noch. Also, Madenfleisch. Ja, das. Muss ich jetzt ja wohl. Aufhängend. Aber wieso? Wo denn? So, weil ich nix mehr hatte. Ha. Na. Okay. Ach, das ist so genial. Weiß ja nicht, ob sie's wussten, dass ich das schon tausendmal erwähnt habe. Aber. Nee. Hm. Äh, warte mal. Was sind denn hier die Beete? Beete, Beete, Beete. Rote Beete. Da. Jetzt oben rausspringen. Muss ich wohl. So. Wollte das mal testen. Und jetzt hätte ich... Ah, da kann ich nicht drauf zugreifen. Ich wollte nämlich testen. Was hier mit meinem Samen passiert. Was der Samen. Samen, 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 Samen. Nee. Habt ihr irgendwo Samen? Wo ist der denn? Oben in der Kiste? Geht vielleicht? Nee. Was denn jetzt der Samen hingekommen? Also hier ist er nicht drin. Und sieh das. Ich hab doch Gras Samen irgendwo. Da ist er doch. Okay. Okay. Wie das? Den kann ich da rein machen. Und was kommt raus? Gras. Wer hätte das gedacht? Pflanzen. Wächst hier richtig Gras? Ne? Also aus den... Sonst könnte man ja nie Gras am Pflanzen. Aber mit den Samen hier scheint das zu funktionieren. Die Frage ist, kommt hier auch Samen raus, wenn ich die ernte? Eher nicht, ne? Und hier so ein Gras Samen, ein Gras Stängel? Ich will ja nicht sagen, dass es übertrieben ist oder untertrieben. Könnte ja Minimum vier rauskommen. Aber naja. Wo war jetzt der Gras Samen? Ne. Nee, ich glaube, ich hatte den hier drin, ne? Ja. Okay. So, dann schnell noch den Kaugummi analysieren und noch ein paar Aufträge holen. Und dann sind wir für heute ja schon wieder durch. Eiei, 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 wie die Zeit vergeht. Hallo Essen. Ich hätte gerne einen Braten von dir. So, es ist brav. Sehr, sehr gut. Aber bis man da hinkommt, muss man schon die ein oder andere Stunde gespielt haben. Dass man hier automatisch Essen bekommt, ne? Und die laufen ja nicht überall rum. Die... Was zum... Wann machst du da oben? Ah, ist gut. So, einmal analysieren, bitte. Sehr, sehr, sehr selten. Reparaturkleber und saurer Pfeil. Okay, hatte ich... Zündpulver schon analysiert? Na, da müsste ich jetzt mal ganz eben mal nachgucken. Weil... Dann müsste ich doch bei Waffen... So, was ist hier neu dazugekommen? Sauerer Pfeil, ja. Dann haben wir Federpfeil, Salzpfeil, Minzpfeil, Scharferpfeil, Pfeil, Giftpfeil, Stinkerpfeil. Nein, ich kann... ...keinen Explosionspfeil machen. Dann habe ich wohl das Schwarzpulver nicht analysiert. Oder? Ist gut möglich. So. Drei Quests. Spinnenhaube. Ich glaube, das kriegen wir hin. Madenwest auch, bitte. Und Marienkäfer. Alles klar. Ja. Stellt einen jetzt nicht so vor die Herausforderung. Wir sind noch da. Nö, sie ist weg. Warte mal. Aber ich muss mal eben... ...die Spinne hier hinten... ...ins Visier nehmen. So. Okay. Getötet sieben. Das heißt, ich muss noch drei umbringen. Okay. Okay. Würde ich das mal machen? Dahin? Oder nee? Fast... Nee, ich versuch's wirklich jetzt mit... ...ah, nicht frisch. Wo's hin? Ja. Auf die Eins. Schild in die Nebenhand. Dann... Na? Könnte ich das hier mal testen. Hier ist aber nur eine. Warum? Kommen wir ran. Kommen wir ran. Ein bisschen Giftschaden gekriegt. Passt. Das hier passt. Äh. Komplett falsch. Falschen Ausgang benutzt. Okay. Der Speer. Meine Güte. Ist nicht übel. Der rostige Speer. Und ihr habt gesehen, wo man überall hier diesen Rost herbekommt, ne? Das ist ja die wahre Bracht. Alleine oben auf der Klippe. Äh. Steinhaufelklippe oder wie die auch immer heißt. Da waren ja schon jede Menge. So. Sollen wir mal nach unserem, äh... Grashalm gucken. Ja. Wird leider nicht angezeigt. Muss ich reingucken. Noch 45 Minuten und 37 Sekunden. 35 Sekunden. Das sind wohl echte Sekunden. Mein Gott. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Gehabt euch gut und... Tschüss.